Oh, des Zankens, Befehlens und Murrens wird auch kein Ende. Einmal für allemal, das steht mir nicht an. Denkst du, alter Murrkopf, eine Sklavin vor dir zu haben, die bei deinem Befehlen zittert? Oh, da irrst du dich sehr. Mit europäischen Mädchen springt man nicht so herum. Wir sind es anders gewohnt. Wir sind es anders gewohnt.